Sehr geehrte Damen und Herren, wir stellen Ihnen heute unser Projekt Saxo Beats vor. Unser Duo bestehend aus Adrian Planets am Saxophon zu meiner Seite und mir, Jörn Grob, am DJ-Pult. Das gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und wir spielen in unserem Duo Hochzeiten, Film-Events, aber natürlich auch in den Clubs und Bars hier in München und der Umgebung. Und in diesem kurzen Video wollen wir uns das Konzept Saxo Beats vorstellen. Ja, hallo erstmal, mein Name ist Adrian Planets. Ich komme ursprünglich aus dem Schwabenland, bin nun aber seit knapp zehn Jahren in München und habe hier Diplom Musiklehrer, Diplom Musiker und Master of Music studiert. Wir als Saxo Beats verstehen uns als, oder ja, wir sind beide Vollblutmusiker, die sich vor sechs Jahren, damals noch während des Studiums, im internationalen Wohnheim in München kennengelernt haben. Und daraus wurde dann schnell eine stabile Freundschaft und da wir beide Lust hatten, auf Veranstaltungen zu spielen und das Konzept DJ und Live Saxophon jetzt noch nicht so super bekannt war, dachten wir, wir probieren es einfach mal in unserer Wohnheimsbar zusammen aus und die Resonanz war recht gut und somit kamen dann immer mehr Jobs auf uns zu. Und nun machen wir das Ganze hauptberuflich.